und wie versprochen der zweite gebrauchtwagen den ich hier anbiete es ist echt das ist nur zufall ich werde jetzt nicht plötzlich zum gebrauchtwagenhändler aber wir sind hier immer noch an der messe freiburg und ich habe die beiden ja schon euch vorgestellt das fahrzeug ist ja auch zum verkauf einfach ich fand das auto so toll und bin rüber gegangen und bin mit denen ins gespräch gekommen und dann kam so raus ja mensch sie ist schwanger die stefanie es muss jetzt dann irgendwo was passieren wir brauchen mehr platz und der mensch dann mache ich für euch eine rumtour dann zeige ich das und wie das dann immer so will über nacht kam dann noch die nächsten die haben sich jetzt daneben geparkt hier mit dem t6 und die kamen dann mit den beiden ins gespräch und dann ging es los machst du mein auto auch noch ja so ergibt sich das dann manchmal nach pure zufälle und jetzt zeige ich euch halt mal zwei fahrzeuge kurz hintereinander gebraucht die zu verkaufen sind ihr habt das fahrzeug fertig ausgebaut gekauft oder habt ihr selber ausgebaut und skandinavien hat den außenumbau dann gemacht okay wir gehen mal durch also ich habe schon gehört ihr wart vorher anderweitig unterwegs so zehn jahre im t4 im t4 jetzt ein jahr im t6 und jetzt gemerkt dass es uns doch zu klein ist ja weshalb die haben familienzuwachs aber nicht in kleinkind form wieder drüben hier kommt gleich ein kompletter teenager mit dazu und da sind natürlich kann die demnächst auf den kopf spucken oder so da ist natürlich dann auch der platzbedarf ein anderer und deswegen ist auch dieses fahrzeug dann jetzt zu verkaufen wir gucken uns ihn aber als erst mal an okay außen machst du drinnen macht sie wie heißt du und wie heißt du was die basti basti und easy basti zeigt mir jetzt erst mal außen rum los geht's okay alles klar wir haben vw t6 die last edition noch gab also mit den großen lichtern vor dem t6.1 ja das waren transporter leasing rückläufer von vw und skandina van ist ein ausbauer in bordesholm und die machen abartig geile ausbauten man sagt immer als california wir sehen schon hier v motion also vw drive genau die geländetauglichkeit war uns immer wichtig und war es jetzt auch bei dem fahrzeug der top ausstattung also ist eigentlich eine volle hütte transporter echt wahnsinn voll led scheinwerfer man sieht schon hier so ein abstands tempomat ja also das habe ich eben schon gedacht da ist garantiert hier eine messeinrichtung das hier ist also dann der entsprechende sensor für den abstands tempomat ich habe das selber an einem vw polo mal genießen dürfen es war die entspannteste langstreckenfahrt meines lebens weil du hängst dich irgendetwas dahinter was vom tempo her passt und dann kann der fuß runter vom gas von allem und das passiert alles von alleine ich habe es auch mal tatsächlich ausgetestet dass sie gesagt habe so greift er wirklich ein wenn es eng wird habe also den fuß über der bremse gehabt und habe es dann wirklich mal dicht dran kommen lassen aber lange bevor bei mir irgendwo dann der wahrenbereich gewesen wäre jetzt muss ich wirklich bremsen sonst passt das nicht mehr hat das system schon längst sauber und sicher eingegriffen das also wirklich das vw richtig gut drin absolut ja also ganz entspanntes waren ja auf langen strecken schnorchel habt ihr euch auch mit für entschieden ich habe beim schnorchel habe ich jetzt gerade auf dem kanal so ein paar fragen dazu gehabt einige leute hatten die idee das hat was mit der waadtiefe zu tun also dafür ist es definitiv nicht weil wenn man das auto so tief unter wasser setzt dass der schnorchel noch das luft zieht dann ist der innenraum zerstört das ganze hat eigentlich eher den hintergrund staub in den luftfilter dann zu verhindern wo wart ihr unterwegs mit dem auto mit dem auto waren wir in skandinavien in italien in spanien in frankreich und in der schweiz und in deutschland ein bisschen ja also eigentlich hätte man den schnorchel noch nicht wirklich gebraucht der wäre jetzt bestimmt noch irgendwann zum einsatz gekommen wobei wenn man viel unbefestigt fährt wie das stimmt wenn man schotterpiste wenn man viel schotterpiste macht da geht es auch schon los mit dem staub aufwirbeln da hilft das schon genau aber auch mit zwei handgriffen umbauen zu den original ansaugstürzen und dann bekommt er einfach schneller luft genau und wenn es dann auf geht einfach umstecken umstecken ganz viele wollen den schnorchel auch einfach auch aus optischen gründen dran haben das sieht einfach man muss es so sagen es sieht cool aus geil aus ja sieht einfach okay wir gehen weiter in der außentour wir haben den cycle umbau also das fahrzeug hatten besser fahrwerk von cycle für 4x4 rad reifen kombination dementsprechend auch angepasst die delta 4x4 felge bf goodrich drauf genau bf goodrich nicht der der at sondern der trail terror das ist so neuer reifen bisschen mehr für die straße geeignet weil ja jeder fährt ihr 80 prozent straße und dann ist so ist definitiv so sandbleche aber installiert genau diebstahlsicherung habt ihr keine dran aber nicht dran ja aber bislang noch nie was gewesen wollte noch niemand ran was braucht man wer braucht sowas aber wenn man dann irgendwo wirklich auf der auf der großen reise ist dann ist es schon aber es gibt entsprechende systeme hier dafür dass da wo die schraubköpfe dann drin sind das ganze dann auch gesichert und abschließbar gemacht werden kann denn also eine simpel nachrüstung macht auch super viel sinn um mal das fahrzeug weiter auszugleichen wenn es eben ist ja oder um jemandem auszuhelfen mit mit zwei rad antrieb der vielleicht nur auf dem stellplatz nicht mehr rauskommt also so ich zum beispiel also schwarzes schaf to will drive bringt an wacken ich bin aus eigener kraft reingekommen wäre nicht aus eigener kraft rausgekommen erst als es abgetrocknet war gut da haben wir obendrauf mit dachgepäckträger ich gehe mal ein bisschen hoch dann könnt ihr den auch mal von oben sehen genau das ist jetzt eine spezial anfertigung der slimline von front runner und der ist eigentlich doch stets front runner nicht für dieses aufstelldach gedacht sondern er wird der eigentlich mittig platziert das funktioniert hier wunderbar ist auch tüv abgenommen wir haben eine solaranlage auf dem dach zwei handgriffe mit led spots zum beladen oder zum einparken wenn es mal wirklich hier sehen wir die seiten scheinwerfer die led spots und das ist dann auch gleichzeitig der handgriff genau watt peak leistung von den solar panels ich glaube das ist eine hunderter aber ja ich kann es dir gerade nicht sagen ja habt ihr noch unterlagen wo man das noch mal nach auf jeden fall klar okay also wenn euch das ganze detailliert interessiert ihr kontaktet die dann ja und dann bis dahin dass das rausgesucht und weißt du auch wie viel peak leistung da auf dem solar panel drauf ist genau wir haben auf jeden fall eine lithium batterie verbaut lade booster und wir sind komplett autark also wir hatten noch nie bordstrom funktioniert auf jeden fall das teil genau dann haben wir zwei schiebefenster rechts und links ja super für die für die belüftung und auch untypisch gibt es eigentlich nicht so und die klima windabweiser wie beim schwarzen scharf ich liebe meine klima windabweiser es ist einfach toll es macht viel mehr spaß als so klimaanlagen luft wenn man dann an einem heißen sommertag das fenster aufmachen kann komplett runter und es kommen kaum verwirbelungen in den raum und es wird auch nicht so laut wie man das sonst denken sollte dafür sind diese teile echt toll und bei klimmeier die dinge haben eine ab das kann euch da kann euch keiner was ganz viele haben einfach im anbau dann auch mal eine dran die keine abnahme hat es wird irgendwo ja mehr oder minder geduldet ignoriert der tüv sagt oftmals gar nichts aber im schadensfall wenn das irgendwo eine rolle spielt dann kann das schon diskussionen geben also klimmeier ist da wirklich im vorteil die haben nämlich ab ist dafür sich extra machen lassen ja hier hinten sehen wir es auch schon dazu verkaufen t6 offroad camper von cycle autark und das hier könnt ihr jetzt mal versuchen ob wir das vom display direkt einscannen können dann kommt ihr direkt auf die verkaufsanzeige aber jetzt gehen wir erst mal aufs heck ein ihr habt eine heckleiter dran das ist jetzt keine klappe sondern der hat flügeltüren ja das heck finden wir ganz praktisch wir haben so genommen wie es war aber es ist wirklich geil also wir finden es klasse wenn man irgendwo rückwärts einpark man kommt immerhin ja mit dem fahrradträger kommt man auch besser hin als mit der klappe funktioniert einfach es geht man braucht auch hinterm fahrzeug nicht so viel platz noch einfach nur die hälfte der weite um dann irgendwo diese tür einfach nur auf fliegen den den flügel öffnen zu können ist wirklich praktisch im alltag ich habe auch mal einen der schiffsdiesel den ich mal gehabt habe t4 2,4 liter saugdiesel der war auch mit den klappen und irgendwo habe ich das eigentlich geliebt der t4 den ich danach hatte der hatte das normale dach hat dann den vorteil dass man regenschutz hat aber man braucht mehr platz rückwärtskamera klar da ist sie versteckt haben wir am start genau wunderbar die leiter von frontrunner ist auch ein spezial umbau die gibt es eigentlich nur für die klappe wir haben sie dann entsprechend angepasst genau er macht ja wirklich geiles zeug ein reserverad träger haben wir am start mit einem original rad genau komplett mit delta fähige original wie die bereifung die jetzt auch montiert ist auch hier schiebefenster auf der seite und ich glaube wir kommen allmählich in den bereich dass ich dir das mikrofon klaue alles klar und das rüber geht innenraum ja innenraum gemütlich haben uns uns da einrichten lassen also wir haben einmal hier den den drehsitz nur auf der beifahrerseite weil ja hier macht das absolut sinn da ist die küchenzeile der bringt der drehsitz nichts aber tatsächlich haben wir dafür hier unten auch noch mal so ein bisschen stauraum wo man mal so dazwischen paar sachen stecken kann genau dann haben wir hier eine herbstahl nicht mit gas sondern hier haben wir jetzt dann induktion induktions kochfeld genau die funktioniert wenn man am landstrom angesteckt ist genau dann haben wir hier einen kühlschrank klein aber fein klein aber fein passt an halte getränke sind immer das wichtigste auch mit eisfach und dann eben halt hier das waschbecken auch der hat zehn liter frisch und abwassertank da kommt man hinten am kofferraum ran ja ich auch finde ich super praktisch ich bin 190 und das ist ja auch immer so ein thema nur stehhöhe die kenne ich schon die finde ich immer cool naja das ist dimmung der hat noch 22 position klasse cool genau sitzt sich gemütlich und ansonsten haben wir hier halt auch tatsächlich jede menge stauraum die oder hier drin ist alles so gebaut also man kommt da wirklich überall ran die hat null totraum also man hat hier ein riesengroßes fach man hat da unten ein riesengroßes fach wo man dann sogar noch zur seite rüberkommt dass man hier unten noch laden kann genau wir haben hier ein großes fach hier ganz viel stauraum und hier geht es weiter mit dem stauraum also wir schaffen es tatsächlich dass man klamotten für drei personen hierunter bekommen ja ist also auch tatsächlich so dass der teenager jetzt schon mit fährt hier ja genau aber dass man allmählich merkt also ja die schätzen grenzwertig ja der ruf nach einem badezimmer wird immer lauter ja es ist in dem alter geht es nachher los genau aber wir haben natürlich dann jeden einen schlafplatz da kann man dann entsprechend dann die sitze dann zum sitz zum schlafraum umbauen und ansonsten haben wir da oben natürlich das komplette bett genau das ist auch ein open sky also auch komplett aufmachen ja und hat sonst hier zwei mit fliegengitter vorne ein fenster noch genau zum rausgucken zum rausgucken auf den see gucken ist ja alles wenn wir stehen immer so wir kriegen also immer den stellplatz direkt am see malerische kulisse oder und direkt am strand ist also ich habe es noch nie anders erlebt meistens guckst du denn auf irgendeine abraumhalde ok wenn du jetzt ganz dicht an ihr mikrofon rankommst könnt ihr vielleicht so nebeneinander einfach da hinsetzen ja du redest ein bisschen in ihre richtung vom mikrofon her wir haben jetzt ja natürlich noch die technischen daten das fahrzeug da drüben dass ich euch letzte woche vorgestellt habe da haben wir gehört motor revidiert da spielt so was wie kilometerstand und baujahr nicht mehr jetzt die große rolle das ist einfach ein fahrzeug das ist ein klassiker der hat einen entsprechenden technischen zustand der dazu bewerten ist den muss auch jeder individuell bewerten bei euch ist es anders das auto ist deutlich jünger hier kommt natürlich dann immer die frage wie alt wie kilometer welche leistungsstufe und so dann das darfst du jetzt noch mal in isis mikrofon rein sprechen alles klar also 2009 10er baujahr sehr jung sehr jung last edition eben wir haben den 199 ps turbo motor verbaut mit einem dsg und ja geht gut ab das ding ansonsten zum zustand her der ist neuwertig nicht aber hat ein paar also ich habe selber eben gerade geguckt und ich will aber natürlich so eine video runde dann nicht irgendwo damit dann auch kaputt machen es gibt durchaus mal die eine oder andere kleine dälle das ist ist einfach das auto ist benutzt worden dafür ist es auch da und das finde ich auch gut so weil ich finde es immer doof wenn man so ein auto hat und offroad kann es und nein nein ich benutze es aber nicht das soll ja soll ja wert erhalten wofür kauft man es dann also finde ich absolut okay dann habt ihr natürlich eine verhandlungsbasis die ihr dann da irgendwo in raum stellt da reden wir auch ganz sonst nicht weiter drüber wer dann vor ort kommt sich das auto anguckt sich ein bild von den dällen gemacht hat der kann dann mit euch darüber sprechen wo nicht die verhandlungsbasis 79.000 vb 79.000 vb auch hier müssen wir natürlich dann auch in kontakt herstellen über mich läuft da nichts also schreibt jetzt nicht mich an dann hätte ich viel zu tun da immer das alles weiterzuleiten ihr gebt mir eine e mail adresse über die das ganze dann läuft und diese e mail adresse die werde ich dann jetzt hier unter dem video einblenden und auch in der video beschreibung findet ihr die natürlich dann kommt ihr an die beiden heran und könnt euch dann mit denen austauschen wie man das fahrzeug mal besichtigen kann wenn euch dieses video gefallen hat und das ist jetzt auch wirklich das letzte also es kommt jetzt kein teaser von dem nächsten auto von dem nächsten auto es war purer zufall dass wir jetzt die beiden autos direkt nebeneinander hatten und ich werde kein gebraucht wagenhändler definitiv nicht aber wenn euch das video gefallen hat lasst mir ein like da lasst mir ein abo da wer nicht abonnieren will ist nicht weiter schlimm aber ihr verpasst keins meiner videos mehr und ich freue mich über jedes arabus bis zum nächsten mal euer michael und